Hi! Hier mal ein kleines technisches Video. Und zwar nutze ich ja seit geraumer Zeit hier diese Hover Air X1. Und da gab es jetzt im Dolly Track Modus folgendes Problem. Die fliegende Kamera oder Drohne oder was weiß ich ließ sich nicht dazu bewegen freiwillig zu mir zurück zu kommen. Entweder hatte dem Gerät meine Visage nicht gefallen oder es kommt mit behelmten Menschen nicht klar. In der Folge musste ich das Vögelchen etwas unsanft einfangen. Jo! Vielleicht gibt es ja auf diesem Planeten noch andere Nutzer die ähnliches zu berichten haben. Würde mich daher über ein Feedback freuen. Dankeschön! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!